naja ob stark macht ist es vielleicht nicht gerade das richtige wort er bauern sind es zumindest mal und das gegen pferde solche einheiten aber ich habe keine pferde was nicht gern vorteil für euch dann ist als erstes mal die können zwar dann auf mich schießen die hier aber ich stelle mir dieses haus in dem dia reingehen und die sich dahin stellen das machen die ja so ist schon besser und zwar auch etwas schneller die auch etwas schneller ihr könnt euer bayonet schnell drauf machen für den kampf im haus so meine wunderbar der aufstellung das macht ihr er fangt an zu schießen meine ersten toten nein nein sie dürfen nicht sterben ja schnell in das haus alle kommt es rein schnell ihr werdet jetzt auch schießen zwar schnell kommt mal ein bisschen her auch im turbo gang ich will heute noch ein schuss von euch sehen los jetzt jetzt kommt schon ihr könnt euch ewig brauchen ja genau so soll es sein aha sie wollen flüchten aber ihr wisst ja wie das ist bei dem versuch zu flüchten schnell da reinkommt schon die schießen euch sonst ab das wollte doch nicht also schnell alle rein die 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 rennen sind sind schon mal sicher kommt schon schneller schneller ja gleich habt ihr es alle das macht ja eigentlich gar nicht mehr weniger kommen die alle aus dem einen punkt raus gibt es das meinten ist man weniger doch eindeutig kommt schon ja gleich seid ihr alle drin ja es geht nicht anders jetzt hier noch vernichten angriff oder machen wir es schmerzhaft dann stellt ihr euch am besten so auf dann wird schmerzhaft jetzt jetzt ernst feuer feuer sagt bloß da muss wir nachladen wow ernstes battle aus der entfernung jo man was für ein fight ja und jetzt noch ein rück zu kommt paar könnt ihr noch treffen vielleicht da kommt noch ein häuserkampf die in meinem haus hier gegen die in dem haus und die auch gegen die in dem haus dann wird das haus noch schön gestürmt jetzt kann ich euch auch ein bisschen näher her holen hoho hoho wie viele leute haben da eigentlich in so einem kleinen haus platz zwei einheiten gegen eine und die eine besteht aus 80 und bei der anderen aus warte mal wie groß ist eine eine wie groß ist die ich glaube 160 ja genau 320 einheiten stürmen auf die ein zwar aus allen seiten und sie geben auf aber die türen sind blockiert sie können nicht fliehen doch sie können fliehen ist dann könnt ihr euch doch sicher hier aufstellen und ihr könnt euch sicher hier aufstellen nicht den nahkampf an position schneller es geht schon ihr da ihr da schneller ich weiß ihr könnt das ihr geht auch mal aus dem haus raus dahinten hin so so ha 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 treffe ich meine eigenen nein was für ein glück aber auch die werden hier extrem dezimiert als ob ich es nicht wüsste was ihr wollt ist das nicht offensichtlich und wie sogar ja da bin ich drauf gekommen dreht euch schnell dann könnt ihr noch ein paar treffen ja feuer ich weiß nicht ob die hier fliehen wollen oder angreifen wollen oder du ha schnelle drehungen sie wollen mich sonst doch ein kesselt oder okay haben sie bereits doch nicht die sind geflohn jetzt schnell schießt doch die macht auch ein bisschen flotter hier hin dann können wir die total treffen hier vernichten sogar einige von euch gehen sterben denken die echt ich bin so dumm anscheinend anscheinend tun aber sie kommen immer näher immer näher und näher aber ich habe ja schnell meine truppen mobilisiert hätte die umrunden mich und verlieren andauernd menschen von taktik habt ihr echt noch nie irgendwas gehört oder der begriff müsste euch eigentlich recht neu sein was seid ihr für loser ich habe hier die straßensperre die wollen flüchten ach ja für die pixel kann ich nichts ich musste die einstellungen zu machen dass ich die nicht gleich auflösen ihr wisst ja ja das haben sie wohl ein problem schießt haha ich habe euch vernichten geschlagen wenn ihr wisst ich glaube ich habe es erklärt jeder der hier fliehen will oder wenn die so fliehen ist ja die fahne so blinken und jeder der erwischt wird beim rückzug wird abgemurkst ihr seht hier die können gar nichts machen die können gar nichts dagegen machen ja 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 ja